sort of the stars und wir schauen uns gleich das nächste level an dass wir das so wurm geschmeiß hat uns noch nicht gesehen okay das tot ich habe mal kurz meine heiltrohne an wo bist du ja hier okay die halt uns jetzt über zeit da plus 2 plus 2 bei jedem such munitionskiss haben wir leider nicht aufbekommen so erlebenspunkte sind voll dann unequip ich dich mal wieder wir wollen ja keine energie verschwenden ein mechanischer bot der wollte auf der lümmel aber nicht mit mir pistolen munition weifel munition jetzt fehlt mir noch die waffe dafür bzw die waffen hochverklickt da ist vielleicht etwas in dem tisch mal gucken nix aber wenigstens erfahrungspunkte bekommen hast du noch ein schleim batzen ah die halten schon mehr aus so erstmal nachladen und dann weiter oder gescheuert das nächste level medical locker mechanical skill 48 1 80 chancen zu eröffnen auch mit kitt sehr schön und ein mit kitt aber eigentlich wollte ich ja gar nicht schlafen war naja können wir uns mal kurz eine pause oh ich bin gerade am verhungern deswegen habe ich auch deswegen sehe ich auch gar nicht so gut aus ich habe die ganze zeit nicht auf es aufs essen geachtet den muss ich erst kochen bevor ich den es kann so unsere food anzeige ist wieder ziemlich oben und ein level up might auf jeden fall hoch und dann hm 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 da 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 lockpick mechanical ja pistolen gewehre nanomads was bringen die nanomads nanomads ne a small patch with injects a patch of medical nanopostets provides a one shot with health damage naja einfach mal gefressen so mal kurz auf die map gucken ah ja da unten ist noch ein raum naja dann haben wir doch da schon alles erkundet ah ich habe aber eben oh ich bin confused und krank bin ich auch noch habe ich vielleicht was gegen krankheit und ich sieh's äh nö vielleicht nochmal schlafen voll ausgeruht aha so sieht es aber nett aus und schlafen Da 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 Hm Äh Ja das wars Ja das war ein kurzes Spiel, dann dankeschön fürs Zuschauen und bis bald Das war jetzt ziemlich dämlich, deswegen mach ich doch noch eine Runde Diesmal fange ich mal ab Flur 5 an Du 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 Äh da hat man so eine Lagerungskisse für seine Items Das war jetzt täglich so einer Erkrankheit zu sterben, das war nicht ehrenhaft. kein ehrenhafter tod, nein, nein, nein. so, level up, might plus 1, bei den skills warte ich erstmal noch, je nachdem was für eine waffe ich finde, falls ich überhaupt eine waffe finde. ah, guck an, ey, das guck, ah, guck. oh, i don't know, hab ich noch was zum kochen? ne, nix. ah, so ein schleimbatzen. ein security pack, mal gucken. ne, nix. ein medkit. das zieh ich mir gleich mal da rein. da, 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 da. oh, oh. ein drop, oder? da ist noch ein vieh. ja, ist jetzt mal gut hier, ich lad lieber mal nach. so, level up, äh. might. munition, munition. energy cells. jetzt. hier hab ich euch noch zum kochen, ne? immer noch nicht. so, da oben war ich noch nicht. auf jeden fall erstmal das angucken, weil, jetzt kommt bald level 6 und auf level 10 bin ich ja schon gestorben. obwohl ich das letzte mal ziemlich geile waffen hatte und jetzt hab ich ja noch gar nichts. aaaaah. aaaaah. So, welches Daniel? Oh, oh. Oh, oh. Oh, so ein Tarnroboter. Der kann sich tarnen. Oh, ich bin fast tot. Use, use. So, C-Mite. Ah, ist eigentlich fast tot gewesen, wenn ich nicht aufgepasst hätte. Was haben wir denn da? Security Station. Mal testen. Ah, da ko... Tempo-Wari, alle Security-Bots deaktiviert. Toll. Jetzt, wo ich es umgebracht habe. Ein Waffenschrank. Und Beschädigter. Da wäre jetzt bestimmt eine Schrotzlinie drin gewesen. Ein Messer-Energy-Pack. Wo ist das? Achso, das braucht man für größere Energie-Wifels. Okay. Das ziehe ich mal da her, das Messer. Okay, da kann man das nächste Level. Auch wenn ich mich dafür nicht bereit fühle. Nee, nee, nee. Ich mache mich Angst. Ich mache mich Angst. Oh, da oben waren wir auch noch nicht. Also, wie gesagt, auf Level 10 bin ich das letzte Mal mit Super-Waffen gestorben. Obwohl ich Super-Waffen hatte, aber... Jetzt habe ich gar nichts. Nix. Oh, oh. Die hält auch mal aus. Deswegen Gewehr benutzt. So. Mal die Rüstung reparieren. So. Ein beschädigter Spind. Habe ich nicht geschafft zu öffnen? Okay. Dann kann man jetzt das nächste Level und in mein Verderben... It's my Verderben because it is. Ja, dann beim nächsten Mal nächstes Level und dann werde ich schmerzvoll sterben und dann... Naja. Einer muss ja sterben, auch wenn es immer ich bin. Dann bis bald. 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 Dann bis bald.